Heute Abend werden drei junge Stilikonen ausgezeichnet. Wir vergeben ja den New Faces Award Style und zwar in den Kategorien Style Influencer. Die Bloggerin Nina Schwichtenberg, Young Style Icon, die Schauspielerin Ruby Ophi und als Young Fashion Designer die Münchner Designerin Lili Ingenhofen. Heute geht es einfach, wie der Name schon sagt, ein bisschen jugendlicher zu. Ich finde es einfach cool, dass das Thema Style einen eigenen Award bekommt. Dass es so eine Wichtigkeit sozusagen hat, heute Abend diesen Abend hier zu bekommen. Ich glaube, dass junge Menschen natürlich ganz viele andere junge Menschen inspirieren können und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man sie auszeichnet. Ich freue mich tierisch, dass ich den Award gewonnen habe. Für mich ist es eine ganz, ganz tolle Wertschätzung von unserer Arbeit. Das ist ganz neu für mich, aber ich freue mich wahnsinnig über diese Chance. Das fühlt sich toll an. Also bis jetzt war ich noch nicht auf der Bühne. Ich bin schon sehr aufgeregt und freue mich drauf. Ich bin ganz, ganz dankbar dafür, dass wir gemeinsam unseren Traum leben dürfen. Und ja, ich freue mich mega. Und danke schön. Der New Faces Award zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die Bunte natürlich eine sehr, sehr große Leserschaft hat, eine sehr, sehr große Bekanntheit genießt. Das ist quasi der Startschuss für eine Karriere, die hoffentlich ganz viele Jahre lang gehen kann. Und vorherige Bunte New Faces Award Gewinner haben ja gezeigt, dass man danach eine lange Karriere vor sich hat. Und ich bin mir sicher, dass der heutige Gewinner das auch von sich behaupten kann.